Guten Tag, mein Name ist Raimund Engel. Ich bin der Leiter der Wiener Schule für Osteopathie. Es gibt Menschen, die setzen sich ein Ziel und lassen sich dann durch nichts davon abbringen. Unser Ziel an der WSO ist es seit fast 30 Jahren, eine Weltklasseausbildung in Osteopathie anzubieten. In Zeiten des Coronavirus ist das nicht einfacher geworden, aber wir lassen uns nicht aufhalten. Durch klare Hygieneregelungen sorgen wir dafür, dass alle Vorschriften für einen sicheren Kursbetrieb eingehalten werden. Für Studierende, die sich nicht sicher sind, ob sie infiziert sind, bieten wir vor Ort Schnelltests an. Der Betrieb unserer Lehrklinik geht im eigenen Haus weiter, solange er an der Wiener Privatklinik nicht möglich ist. Für Kursleiter, die von Reisebeschränkungen betroffen sind, haben wir technische Lösungen gefunden, die direkte Kommunikation ermöglichen und zumindest fast das Gefühl geben, sie wären auch persönlich hier. Studierende, die nicht zum Kurs kommen können, sind online live dabei oder sehen schon am nächsten Tag die Aufzeichnung des Kurses. Wir lassen uns von Corona nicht aufhalten. Auch du solltest das nicht. Die nächsten Gelegenheiten, die Osteopathie kennenzulernen, gibt es am 18. Oktober und am 6. Dezember. Raphael Van Asche gibt einen kostenlosen Einblick in Theorie und Praxis der Osteopathie und ich stelle unsere Ausbildung vor. Vielleicht ist das ja dein nächster Schritt und wir sehen uns demnächst. Da Caro und Anerkenn nach. 2 Vielen Dank.